schon mal der skradi sport ganz erfahrungspunkte liegen ja dann heute dir ich verstehe es nicht wo ist der rucksack hin ich gehe jetzt noch mal tauchen hast du denn aus in den reingetan wo rein slender rucksack also ender ist du musst mal gucken das könnte man alles noch abbauen gewesen dass man der in der rucksack der rucksack der rucksack war weg oder das was drinnen ist ist drinnen geblieben es ist egal gibt es einen neuen rucksack meine fresse was muss denn der rucksack nicht der rucksack mein blauer großer rucksack so das ist das gute das ist das gute an exit dort kannst du kannst du dein zeug verzaubern dass es nach dem tod bei dir ist wieder kostenlos verzaubern kostenlos verzaubern es geht ist total und realistisch wirst du nur es wird so ist er mich jetzt erschrocken das glaubst du jetzt nicht hast man spiegel ja was denkst du denn hat mir jeder wieder angegrinst du glaubst du nicht der klick ist der grüße gibt es ja vulkanflachen jörg hast lange weile ich baue noch da oben dein dein ding ist aber ich weiß nicht wie weit ich noch wohnen soll hier oh ich weiß nicht ich hab angst wirst du was ich denke was denn dass unsere tbm zum wasser liegt was ist los wenn ich hier von oben gucke du hast ja gesagt ich sollte hier 64 Decks machen ja und was in 30 Meter Entfernung ist das Wasser BUR ini du weißt du weißt du weißt aber schön rhythm was ich letztes mal gesagt habe oder dies wird kärzen die mal kärzen rem usw wenn die ein loch haben machen die das mit mit kies zu wir müssen boten den wasserlauf in die in bar dossier dass du weg jahr Tja, und solange fährt sie nie, bis es zugemacht hat. Ich glaube trotzdem nie gefasst. Dann gehst du gucken. Beweise mir das Gegenteil. Aber wir sind so unterordnig gefahren. Haben sich ein Twiddel gemacht. Das ist der Name der Maschine. Achso, wir bauen jetzt immer gerade, gerade. Matti, wollte ich mir eigentlich so, ich komme mit Tumel dazwischen basteln. Du baust gerade, wie ich. Ich denke, du hast, da habe ich gerade dran gedacht. Du baust oben. So weit habe ich die Mauer noch nie gezogen. Dirk, du machst mich schwach. Nee, ist mir gerade so eingefallen, sagst du gar nicht. Dirk, du hast mich schwach. Ich habe ja immer noch mal aus die Tumel. Was hast du ja die Seisenteile dann nie gemacht? Äh. Guckst du, was ich gerade brauche? Boden. Seht ich nie. Kein Wunder, du hast den Deckel schon dazu gemacht. Ach, Dirk. Ich habe jetzt hier runterguckt, was mit der Bahn ist, okay? Wie bitte? Ich habe jetzt runterguckt, was mit der Bahn ist. Nein, das ist nicht nach so. Ja, also da würde ich, da ist ja kein Problem runterzuhappen. Nur, dass das ein Mr. Creeper ist. Dort könntest du ja mal zwischendurch, ähm, die... Für die Mauern mal dort buddeln. Damit die Mauern dorthin können. Wie buddeln? Ja, dort, wo du draufgesprungen bist, wegmachen. Die haben sich echt zugedämmt, sich echt hier... ...das Wasser zugebot. Nee, ach nee. Wolltest du mir nicht glauben? Eigentlich eher, aber weiter als die Ähnliche brauchen wir echt nie gehen mit den Ersten. Also mit den... Mit den? Also mit der Mauer meine ich jetzt. Plus 3, äh, äh, plus 0, kannst du sagen. Plus 0? Komische Wär. Zoll. Ich glaube, weil der Lava ist, ich glaube, er hängen gibt ihm hier. Schafft sie nicht. Hm. Steckst du mehr Kohle rein, da läuft die Kiste. Ja, ich finde, du kannst doch einen Lava-Eimer reinstellen. Ist egal, hau irgendwas rein, hab's das Fert wieder. Was machst du denn, Dirk? Was mach ich was? Ich sag Kohle, reinschmeißen. Mach mal. Das fährt sie... Echt? Nö. Ja. Ja. Was, ey, die kackt mich mit dem Stein voll. Ist das aber geil, wenn das, ey, jetzt wie tief, wie das, äh, das Kreppel gemacht hat? Wie viel? Warte mal, eins, zwei, drei... Warte mal, wie viel nun? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier... Ich geb dir einen Tipp, ich hab zwei Stacks eingetan. Sieben Schichten hat er gemacht, von unten. Ja, ist doch schön. Hey. Ist doch schön. Freut mich. Und dann fährt's auf den Kreppel weiter. Ach, das ist ein bunter Fisch. War es ein Clown-Fisch? Nö. Die heißt wirklich so. Das ist ja ein Clown-Spiss. Ja, klar, klar, klar. Nein, mach ich aber nie. Warum nie? Du es. Du das. Nein. Dort hinten ist ein Elefant. Den kannst du auch killen. Dirk? Nein, mach ich aber nie. Hab ich schon mal gemacht. Nein. Gott. Ich hab das anders in Erinnerung. Was? Nein, ich hab ihn gekillt. Ich hab das anders in Erinnerung. Eure Erinnerung ist ganz schön verschwommen. Hörst du das? Der Elefant hat dich gekillt. Nein. Und Dirk, könntest du nochmal zurück? Von mir aus kannst du dich auch auf die Mauer stellen. Ich bin wohl ganz, ganz anders. Du machst doch was falsch. Ich bin hier. Na, die Bälle. Was? Sie haben dir die Bälle totgehauen. Warum? Weil diese Brumdung... Nein, Dirk, jetzt mal ohne Scheiß. Hier ist ein Portal. Ich geh mal rein. Darf ich es abhauen? Cool. Hier ist ein Portal. Hier ist ein Gubbel-Gubbel drin. Was will denn da? Gubbel-Gubbel da drinne? Ey, geil. Hier ist eine Kiste. Besteckte. Ausräumen. Nee, Dirk, jetzt mal ohne Scheiß. Willst du mal herkommen? Oder nicht? Ja, aber ich komm klar. Warte mal. Ist ja kein Muss. Du kannst auch sagen, du willst nie. Ich kann auch sagen, ich will auch die Nüsse haben. Ich will auch haben. Ich will das haben, das haben. Nee, Mann. Ich hab viel Eisen gefunden und Kakao. Ich hab auch ein paar Rohstoffe gefunden, aber ich hab mir jetzt das Zeug dazu jetzt noch gebaut. Dirk! Ich halte... Dirk? Ja? Unter mir sind zwei Komodo-Baraner. Was machen die dort? Die haben Hunger. Nee, ich kill die von hier oben und du holst das Gelumpe, was die droppen. Ich bin ja wohl nicht dort. Dann bleibts. Ich bin gerade durch ein Portal gemacht, hab ich doch gerade gesagt. Warum? Ja, doch. Ich will das Zeug einsammeln. Hast du zufällig eine Scharpitzhacke für das Redstone, was da drin ist? Ach, das ist weiter. Nee, jetzt morgensch. Scheiße, du solltest bloß mal gucken. Dieser Zwischenraum hier. Denn du ausfüllen wolltest. Der hättest aber lange zu füllen, das sag ich dir. Nee, das kann man nie machen. Das ist viel... Ja, ich sag ich ja. Aber der hättest aber wirklich lange zu füllen. Boah, selbst das ist schon lange, ey. Oh ja. Dumme Mauer. Was ist denn schon wieder? Da gibt's ein Portal. Ich bin auf dem Baum. Was willst du auf dem Baum? Auf dem Portal dort. Okay. Okay. Ein Slender-Portal. Was ist denn so Dinge hier? Das sind... Das sind Welten-Portale. Dimensions-Portale sind das. Warte mal, warte mal. Ich mach auch... Hier quietschen Mäuse rum, das ist ja eklig, ey. Wenn wir Zeit haben, kurz PP mal. Ja. Wann? Dann, wenn ihr dann so weiter schon seid. Wie kommt das? Wie kommt das? Ja. Vielleicht bleibt mal in einem anderen Welt schlimmer. Tobes, Tobes süß. Na, wenn man, weil Bärwulf gerade gut ist. Tobes süß, ey. Ich bleib in einer anderen Welt, toll. Ja, ich bin mal ganz lieben Gutenberg. Ich guck mir nämlich gerade bei der Raffinerie, Raffinerie, reden noch mal hier was an, aber... Das funktioniert nicht so ganz, wie soll. Was ist das? Ja. Das Öl wird ja normal in die Tanks reingepumpt. Ja, und dann... Aber nicht mal rausgepumpt, richtig. Na doch. Das braucht bloß ne... Das braucht bloß ne ganze Weile, bis es gemacht wurde. Ne, das dauert immer so lange. Ne? Hab ich... Ne, äh... Das Öl, was reinkam von dem Ändertank, das wurde gleich unten weitergeleitet. Und hinten raus zu den... Öl-Raffinerie rein. Ja, okay. Aber das, was in den Tanks drinnen ist, das kommt nie raus. Doch, das pumpt er um mit raus. Das pumpt er nicht raus eben. Oh, ne. Scheiß dir die Wand an. Scheiß dir die Wand an. Wieder mit dem Red Storm Motor. Das stimmt. Ist das bloße... Hast du das denn nie gemacht, oder? Ich hab's doch verbunden. Ne, der hat unten bloß Holzgequer. Ne, das bringt nichts. Du musst immer mit dem... Immer mit dem... Äh, äh... Äh, holz... Holzrohr rauspumpen, mit dem Red Storm Motor. Boah, dumm. Warte, wenn ich mir das Ding hier so angucke, das pumpt zwar rein, das ist ja richtig so, aber... Was rauspumpen, will ich dann oben rum lang machen, oder so. Ich weiß nicht, wo das geht. Oder mit dem Elmer. Das geht hoch. Ja, ist schon klar. Nächste Jahre dran. Fick die Henne. Och, ne, nicht schon wieder. Pause jetzt, oder was? Nein! Da kannst du fragen, was jetzt bei Matthias los ist. Wenn er Pause drückt, wenn wir mitten im Flugdok, bleibst du stehen. Lange ist denn Slow-Mo. Sei ruhig. Ich muss mich hier konzentrieren. Ach. Hallo, Mr. Kuppel. Du bist so hart gelandet. No. Nein. Du krieg Pause. Wenn der Pause drückt, wärst du in der Luft gel... Oh. Oh, Fick die Henne, ey. Da sammeln erstmal. Das ist Klumpel ein. Wir machen Pause. Ich geh... Du kriegst dich. Du kriegst dich.